Präsident Erdogan fordert die griechische Regierung auf, die nach dem Putschversuch nach Griechenland geflohenen türkischen Militärangehörigen auszuliefern. Sollte man das Auslieferungsersuch der Justiz überlassen, würde man keine Ergebnisse erhalten, so Erdogan. Eine Auslieferung im Rahmen der Gesetze sei schließlich nicht möglich. Es gibt Länder, mit denen haben wir das gelöst, aber nicht mit Griechenland, sagte der türkische Präsident.